In Stockholm haben unbekannte mehrere Skulpturen des spanischen Künstlers Salvador Dali gestohlen. Nach Polizeiangaben schlugen die Täter die Scheibe einer Galerie ein und entwendeten die Kunstwerke. Es sollen mindestens zwei Täter gewesen sein, die in einem Fahrzeug vom Tatort flüchteten. Die Werke haben einen Wert von je etwa 20.000 bis 50.000 Euro. Glücklicherweise haben die Diebe nicht die Zertifikate erbeutet. Ohne die wird es sehr schwer für sie, die Skulpturen zu verkaufen. Unter den Kunstwerken mit einer Größe von bis zu 50 Zentimetern sollen auch mehrere der schmelzenden Uhren sein. Sie sind eines der berühmtesten Motive des spanischen Surrealisten Dali. Noch bis Samstag hätten sie in der Stockholmer Galerie ausgestellt sein sollen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.